Wir schauen uns heute diese App hier an, und zwar geht es um die App Athletics. Ich spreche sie jetzt mal so aus, vielleicht wird sie auch ein bisschen anders ausgeschrieben, aber ich gehe mal davon aus, dass es eine Kombination aus den Begriffen Athletic und Analytics ist. Daraus entsteht dann wahrscheinlich der Name Athletics. Und Athletics ist vor allem eine App, die in Kombination mit der Apple Watch genutzt wird. Mit dieser schönen Uhr hier. Und die wollen wir uns heute einmal genauer anschauen. Die erste Frage ist natürlich, wer braucht diese App eigentlich? Also ihr wisst, ich erzähle immer wieder über mein Wubarmband, was ich jetzt schon seit wahrscheinlich 800, 900 Tagen trage. Und dieses Wubarmband gibt mir sehr viele Informationen über meine Gesundheit und mein Fitness. Also wie lange schlafe ich, welche Schlafphasen habe ich, wie hoch ist mein Erholungswert heute, wie stark war meine Anstrengung heute in Form von Sport und Bewegung. Und das Coole daran ist, dass Wub mir diese Daten auch über Monate hinweg gibt. Also wofür ich Wub vor allem benutze, ist, dass ich dann halt sehe, okay, in diesem Monat habe ich im Durchschnitt eine halbe Stunde weniger geschlafen. Oder im Frühjahr habe ich irgendwie durchschnittlich eine halbe Stunde weniger geschlafen als im Winter etc. Und für Wub muss ich aber Geld bezahlen. Also das sind zwischen 20 und 30 Euro im Monat und ich trage halt zusätzlich ein Device mehr. So, wenn man jetzt aber schon eine schöne Apple Watch hier hat, dann kommt natürlich die Frage auf, ja, wozu brauche ich denn jetzt so ein Wubarmband, wenn ich ja schon die ganze Zeit meine Uhr hier trage, meine Smartwatch. Und bisher war immer der größte Grund dafür, oder der wichtigste Grund dafür, dass die Apple Watch gar nicht mal so viele Daten liefert, wie sie rein theoretisch liefern könnte, weil sie relativ viele Daten misst. Also ich habe jetzt hier nicht 1 zu 1 parat, welche genauen Daten die Apple Watch misst und welche das Wubarmband. Das unterscheidet sich ja auch ein bisschen je nach Generation der Apple Watch. Das hier ist eine 5er, die ist schon ein bisschen älter. So eine Apple Watch Ultra 2 kann natürlich nochmal ein paar Daten mehr messen. Aber im Prinzip, sagen wir mal, die Grunddaten wie Schlaf messen, irgendwie meine Bewegung messen, das kann ja auch die Apple Watch. Und da hat sich dann ein Indie-Entwickler, also ich glaube, es ist tatsächlich auch nur eine Person, gedacht, okay, warum baue ich denn nicht eine App, die so ähnlich funktioniert wie die Wub-App, aber eben mit der Apple Watch, beziehungsweise generell erstmal für iOS-Devices. Und daraus ist die App Athletics entstanden. Und die ist relativ günstig im Vergleich zum Wubarmband. Also das Wubarmband, wie gesagt, 20 bis 30 Euro im Monat. Das heißt, du bist eigentlich irgendwo bei 200, ich glaube im Moment sind es 220 bis 240 Euro im Jahr, die man zahlt. Die Preise variieren da, haben in der letzten Zeit ein bisschen variiert. Und bei der Athletics-App bin ich, lass mich exakt nachschauen, bei 4 Euro pro Monat oder bei 32 Euro im Jahr. Also der Jahrespreis ist quasi günstiger oder fast günstiger als der Monatspreis vom Wubarmband. Und da mich sowas natürlich immer interessiert und ich das gerne vergleiche, habe ich diese App jetzt ungefähr seit drei Monaten, also ich habe sie immer mal wieder verlängert und habe mir angeschaut, okay, wie sind die Daten im Unterschied, welche Daten liefert mir die Athletics-App, die mir Wub nicht liefert und umgekehrt. Und nach all diesen Monaten muss ich sagen, dass diese App wirklich sehr cool ist. Also die liefert echt viele Informationen und teilweise sogar Informationen, die mir mein Wubarmband nicht liefert. Und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Und ich kann mir vorstellen, dass Wub allein durch diese App, gerade in der Fitness-Szene, eine große Konkurrenz bekommt. Weil wenn jetzt jemand überlegt, okay, was kaufe ich mir, vielleicht wenn man auch noch gar keine Apple Watch hat und die vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatte, weil man gesagt hat, die gibt mir gar nicht so viele Informationen und man so ein bisschen überlegt hat, dann schwenkt man jetzt vielleicht direkt auf die Apple Watch um oder wenn man schon eine Apple Watch besitzt und überlegt, soll ich mir für 20, 30 Euro im Monat noch das Wubarmband dazuholen. Glaube ich, dass es jetzt einige Leute gibt, die dann sagen, nee, das brauche ich jetzt nicht mehr. Vielleicht liefert mir die Athletics-App nicht 100% der Informationen, die mir das Wubarmband liefert. Aber ich zahle halt auch nur dafür 32 Euro im Jahr und nicht 20 Euro im Monat. Für mich, für jemanden, der quasi schon das Wubarmband hat und die Apple Watch hat, war es trotzdem eine interessante Ergänzung. Also für 30 Euro im Jahr bekommt man nochmal einige Informationen dazu, die mir das Wubarmband nicht liefert. Ich muss aber auch sagen, dass ich nach dieser Zeit mir nicht gedacht habe, oh, mein Wubarmband kann ich jetzt in die Ecke legen, das brauche ich nie wieder. Die Athletics-App bietet mir ja alles, was ich in der Wub-App habe. So war es tatsächlich nicht. Was mir vor allem an der Wub-App am allerbesten gefällt, ist dieser Vergleich über Tage, Wochen, Monate hinweg, also quasi diese Langzeitanalyse. Und ich habe jetzt nicht den Vorteil von Wub, weil ich das jetzt schon über zwei Jahre trage, sondern weil die Athletics-App, ja, sie liefert ein paar Informationen über Monate hinweg. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man einzelne Monate angeben kann, aber so 30, 90 Tage etc. Aber diese, allein schon die Darstellung der Daten und die Aufbereitung der Daten liefert mir viel schneller einen Überblick bei Wub, wie ich zum Beispiel meinen Schlaf verändert habe. Und das ist für mich am Ende immer noch der größte Vorteil an der Wub-App. Prinzipiell kann man die Athletics-App auch ohne die Apple Watch benutzen, denn die App zieht sich eigentlich nur die Daten aus Apple Health und nicht direkt von einem Gerät. So kann ich zum Beispiel auch die, also das Wub-Armband überträgt zum Beispiel einige der Schlafdaten an Apple Health. Leider nicht die einzelnen Schlafphasen, aber zumindest die Schlafdauer und die Wachphasen, sodass die Athletics-App diese Daten lesen konnte. Was ein bisschen ärgerlich ist, ist zum Beispiel, dass das Wub-Armband die HR-V-Daten, also die Herzfrequenz-Variabilitätsdaten, nicht an Apple Health überträgt. Und ich habe jetzt auch seit einiger Zeit eine Garmin-Uhr, also das heißt seit einiger Zeit, ich glaube seit zwei Wochen, drei Wochen jetzt, und die misst auch die HR-V-Daten und ich glaube, die speichert noch viel mehr HR-V-Daten als das Wub-Armband, aber auch die Garmin Watch speichert die nicht in Apple Health, aber die Athletics-App benötigt oder möchte die HR-V-Daten haben, um einen Recovery-Score zu berechnen. Sie macht das auch ohne die HR-V-Daten, aber das ist einer der Faktoren und das ist natürlich auch einer der wichtigsten Faktoren und dieser Faktor fehlt dann einfach und darum ist es am Ende tatsächlich eigentlich nur 100% nutzbar, wenn man so eine Apple Watch trägt. Und hier muss ich nochmal kurz was ergänzen. Über Garmin kann man morgens oder wann auch immer so einen Half-Check machen und der trackt hier die Herzfrequenz-Variabilität, sogar beide Varianten, also beide Messarten und diese kann ich dann manuell in Apple Health übertragen, indem ich in Apple Health die Herzfrequenz-Variabilität suche, auf Daten hinzufügen klicke und dann sind die Daten gespeichert und diese Daten zieht sich dann tatsächlich die Athletic-App und da sieht man hier dann auch, dass er dann diesen neuesten Wert benutzt und dann wird auch der Recovery-Score berechnet. Ist ein bisschen umständlicher, aber funktioniert. Was für mich da ein Kritikpunkt ist, der aber sehr subjektiv ist, ich finde zum Beispiel das Whoop-Armband, das ist einfach sehr dünn. Also mich stört das beim Schlafen nicht und mich hat das auch schon nach einigen Tagen nicht gestört. Und so eine Apple Watch, die ist einfach ein bisschen dicker. Und gerade die Ultra-Geräte, also die Apple Watch Ultra 1 und 2, die sind viel, viel dicker. Also nochmal um einiges höher und ja auch breiter. Also ich habe hier auch die kleine Variante von Apple Watch, weil ich so ein dünnes Handgelenk habe und mich hat das damals schon gestört mit der Apple Watch. Ich fand die ein bisschen zu wuchtig zum Schlafen. Und so eine Apple Watch Ultra fände ich noch unangenehmer. Ich habe jetzt auch, da kommt auch nochmal ein Video hier, wo ich die beiden Geräte hier miteinander vergleiche raus. Ich habe jetzt auch tatsächlich mal über zwei Wochen die Garmin Watch getragen, die jetzt auch, also die ist relativ dünn. Also sie ist ungefähr so gleich so dick, also ein bisschen dicker als die Apple Watch, aber immer noch dünner als die Apple Watch Ultra. Und da habe ich jetzt nach zwei, drei Wochen gemerkt, und ich habe das vor allem für den Test getragen, so ja, das stört mich nachts. Auch in Kombination mit dem Display. Ich habe immer Angst, dass ich dann irgendwo im Bett gegenkomme und das kaputt mache. Und war jetzt auch ganz froh, dass ich dann nach, ich weiß nicht, drei Wochen, glaube ich, die Garmin Uhr abends wieder absetzen konnte. Und das ist für mich so eine Sache, wo ich sage, okay, man muss damit leben können, dass man die Apple Watch dann eben auch die ganze Nacht trägt, damit man denselben Effekt wie beim Bubarmand hat. Und das ist eben für mich bequemer. Und es gibt ja auch Leute, die diesen Our Ring tragen, also den richtigen Ring. Und es gibt ja auch manche Leute, die sagen, ja, ich mag das Whoop-Armband nicht, weil das unbequem ist. Ich trage lieber einen Ring. Und dann gibt es wieder Leute, die sagen, ja, der Ring ist für mich unbequem. Also das muss ja jeder auch für sich subjektiv ein bisschen wissen und dann sagen, okay, ich mag das lieber so oder so. Aber das ist ganz wichtig. Weder mit der Garmin Watch noch mit dem Whoop kann ich das volle Potenzial ausnutzen. Ich brauche ein Device, was die HRV-Daten in Apple Health speichert. Und meinem Wissen nach ist das aktuell nur die Apple Watch. Aber korrigiert mich gerne, vielleicht gibt es auch andere Sportuhren oder Fitness-Tracker, die die HRV-Daten direkt in Apple Health speichern. Die App ist im Prinzip ähnlich aufgebaut wie die Whoop-App. Also es gibt dann zum Beispiel den Recovery-Score, es gibt den Sleep-Score, es gibt den Strain-Score, hier heißt das Exertion, und dann gibt es noch den Kalorienverbrauch. Aber Kalorienverbrauch schaue ich mir nie an, interessiert mich nicht. Und der Recovery-Score wird ja auch von jeder App, von jedem Anbieter ein bisschen anders gemessen. Also die Garmin Watch hat auch so einen Recovery-Score, die Athletics-App hat einen Recovery-Score und das Whoop-Armband hat einen Recovery-Score. Und dann habe ich mir das über so ein paar Wochen angeschaut, bin dann immer in meine Whoop-App morgens reingegangen und in die Athletics-App, die dann aber in der Regel vor allem nur die Daten von Whoop hatte, außer ich habe dann mal morgens die Apple Watch angezogen oder den Tag über. Und da muss ich sagen, ich fand, die Daten vom Recovery-Score waren sehr ähnlich. Also ich bin eh auch immer ein Fan davon, sich einfach generell den Trend anzuschauen. Also ob ich jetzt morgens einen Wert von 60 oder 67 habe, ist ja jetzt auch relativ egal. Ich möchte das halt im Vergleich zu, ja, von vor zwei Wochen oder von, ja, Wochenvergleich, Monatsvergleich haben. Und da bin ich der Meinung, dass obwohl das von einem Indie-Entwickler ist, der das irgendwie alles alleine oder halbwegs alleine macht, der das sehr gut macht und ich nicht irgendwie bei Whoop'em-Score von 90 habe und bei Athletics einen Wert von 30, also die Werte waren schon irgendwo in derselben Range. Man könnte jetzt wahrscheinlich sagen, die Werte haben sich rein statistisch gesehen signifikant unterschieden oder sie hatten eine Differenz von teilweise 10%, aber das habe ich ja schon, wenn ich einen Wert von 60 und 66 habe. Und da sage ich aus meiner subjektiven Sicht, ja, das ist mir eigentlich egal, wenn der Wert zwischen 60 und 70 irgendwo ist bei beiden, dann sind die Werte grob über den Daumen gerechnet irgendwo gleich, weil ich bin dann entweder in meinem grünen Bereich, in meinem orangenen Bereich oder in meinem gelben Bereich oder in meinem roten Bereich und da gibt es für mich keine signifikanten Unterschiede. Was einer der größten, ja, USPs tatsächlich von dem Whoop-Armband ist, ist dieses Journal-Führen und Whoop zwingt einen auch quasi dazu, das Journal zu führen. Wenn man morgens aufsteht, dann geht sofort das Pop-Up auf und sagt, hier, mach bitte das Journal und wenn du das dann schließt, dann sagt er, ja, aber bitte füll doch das Journal aus und dann erinnert er einen noch drei Mal am Tag dran. Und die Athletics-App hat jetzt vor ein paar Tagen ein ganz großes Update rausgebracht und tatsächlich jetzt mit dem neuen Update ist das Journal auch viel mehr im Fokus. Es ist auch unten im Hauptmenü sichtbar und man kann das sehr schnell öffnen. Aber in der Zeit, wo ich die App vorher genutzt habe, war das sehr versteckt, sodass ich das nie aktiv benutzt habe, weil ich auch immer überlegt habe, ja, wo ist denn das jetzt? Wo war denn das jetzt versteckt? Und da bin ich sehr froh drüber, dass Athletics jetzt das sehr stark in den Fokus gerückt hat, dass man auch dieses Journal ausfüllt. Denn es zeigt mir auch diese Informationen, wie Wub an, irgendwie, wenn ich ausreichend schlafe, dann ist mein Recovery-Score 5% besser, wenn ich Alkohol trinke, ist er 5% schlechter. All das macht die App auch, bloß es war bisher sehr versteckt und jetzt ist es sehr viel sichtbarer. Und was noch ein großer Vorteil tatsächlich von der Athletic-App ist, du kannst dort individuell alle möglichen Gründe eintragen. Also du kannst da irgendwie auch eintragen, ich habe eine Windel getragen oder ich habe Kokain konsumiert. Also du kannst individuell eigene Tags bestimmen. Und das gibt es bis heute bei Wub nicht. Die haben bestimmt da irgendwelche Gründe für. Ich finde das manchmal ein bisschen schade. Also wenn man dann irgendwas messen will, da muss man sich dann sagen, ja, Kryotherapie mache ich sowieso nicht. Dann messe ich das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Windeltragen gibt es nicht. Also trage ich das unter Kryotherapie ein. Und dann muss ich mich daran erinnern, dass das Windeltragen war. Und das, finde ich, macht hier die App ein bisschen cooler, indem man einfach eintragen kann, was man möchte in sein Journal. Was mir an der Wub-App auch immer sehr gut gefällt, ist dieser Health-Overview, Health-Score, wo ich dann verschiedene Werte sehe, wie meine Ruheherzfrequenz, meine HRV, meine Körpertemperatur und quasi das Gerät mir sagt oder noch mal einen Hinweis gibt, hey, du bist gesund grundsätzlich. Es ist alles in Ordnung. Also das finde ich bei dem Wub-Armband wirklich sehr beeindruckend. Und wenn ich krank bin, dann bestätigt mir das Wub auch. Und manchmal kommt es auch vor, dass Wub das schon vorher, einen Tag vorher schon irgendwie erkennt, irgendwie stimmt das nicht so richtig. Du bist irgendwie, du atmest deutlich häufiger in der Nacht und du warst auch nicht so erholt, sodass man schon Hinweis darauf bekommt, dass man sich dann vielleicht doch mal erholen sollte. Und diese Funktion gibt es hier bei der Athletics-App auch. Und das zum Beispiel fehlt mir so ein bisschen bei der Garmin, weil da habe ich diesen übergeordneten Health-Score oder diese Health-Information nicht, die mich darauf hinweist oder nochmal bestätigt, ja, du bist wirklich krank, die Werte sind irgendwie alle außerhalb der Norm. Ich habe ja gesagt, dass ich tatsächlich die Wub-App auch die letzten Monate in Kombination mit der Athletics-App genutzt habe. Also ich habe jetzt auch nicht jeden Tag reingeschaut. Ich schaue auch mittlerweile nicht mehr jeden Tag so detailliert in die Wub-App rein. Aber ich habe das in Kombination benutzt, weil mir die Athletics-App mehr Informationen geliefert hat. Also nicht mehr unbedingt, aber andere Informationen, die die Wub-App nicht hat. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr cool finde, ist, gerade Leute, die viel hier Envy Huberman und Peter Attia hören, da geht es ja auch viel um Zone-2-Training. Also, dass man in einem bestimmten Bereich, entweder misst man das über den Puls oder über den Laktatwert, in dem soll man trainieren. Das soll helfen, dass man länger lebt und gesünder lebt. und die Athletics-App zeigt mir genau an, wie lange ich in verschiedenen Zonen trainiert habe, sodass ich dann dieses sehe, okay, habe ich dieses Ziel von 150 Minuten in der Woche in Zone-2 erreicht. Und diese Information gibt es zum Beispiel überhaupt nicht in der Wub-App. Und die Athletics-App zeigt mir auch meinen VO2-Max-Wert an und das sogar für einzelne Sportarten. Sportarten. Also, ich wusste gar nicht, dass das auch teilweise, ja, dass es irgendwie sinnvoll ist, das für einzelne Sportarten auszugeben. Ich sage dann auch immer, nee, zeigt mir bitte den Gesamtwert an. Das ist für mich persönlich interessanter. Aber diese Funktion zum Beispiel bietet Wub auch nicht an. Also, mir würde es auch schon reichen, wenn ich den VO2-Max-Wert übergeordnet sehen kann. Den zeigt mir die Apple Watch generell ja auch an. Beziehungsweise nicht die Apple Watch, sondern Apple Health. Und auch die Garmin gibt mir diesen Wert an und die Athletic-App macht das hier, treibt das hier auf die Spitze, positiv gesagt, und gibt mir das pro Sportart an und sagt mir zum Beispiel auch, welche Bereiche gut sind, dass ich mich dann auch direkt einordnen kann. Eine weitere Information, die ich dann auch sehe, ist die Hard Weight Recovery. Also, sagen wir mal, ich mache jetzt einen 100-Meter-Sprint und mein Puls geht auf 160 hoch. Und dann höre ich auf zu laufen und, ja, mein Sport ist vorbei. Und dann dauert es ja, sagen wir mal, eine Minute, bis mein Puls bei 120 ist, dann noch eine Minute, dann ist er wieder bei 90 und dann setze ich mich hin, nach fünf Minuten ist der Puls wieder bei 60 bis 70. Und wie schnell sich das Herz erholt, ist auch ein Indikator dafür, wie körperlich gesund wir sind. Und diese Information sehe ich zum Beispiel auch bei Wub nicht, die zeigt mir aber die Athletics-App an. Und das finde ich auch sehr cool. Also das sind so ein paar Daten, die auch so in die Richtung einfach Sport und Ausdauer gehen, die ich bei Wub einfach nicht angezeigt bekomme aktuell. Auch habe ich so eine Anzeige, ja, die Daten gibt es bei Wub auch, aber ein bisschen anders aufbereitet. Hier zeigt mir zum Beispiel die App auch an, wie viel Sport ich gemacht habe in diesem Monat. Und das ist so ein Graph, der quasi immer hoch zählt, wenn ich Sport gemacht habe in Kombination mit dem Datum. Also sagen wir mal irgendwie, ich habe eine Woche nichts gemacht, dann habe ich an einem Tag fünf Einheiten gemacht, dann würde das so hochgehen. Und dann mache ich irgendwie jeden Tag eine Einheit Sport und dann geht der Graph so hoch. Und das vergleicht die Athletics-App immer mit dem Vormonat, sodass ich quasi sehe, wie viele Aktivitäten ich im Vergleich zum Vormonat an diesem Tag hatte. Finde ich immer eine ganz, ganz schöne Grafik. Manchmal ein bisschen irritierend, wenn man zum Beispiel auch viele Spaziergänge misst und vielleicht mal dann ein paar Tage nicht misst oder so, aber prinzipiell ist es eine schöne Statistik, die mir einfach anzeigt, wie viel ich mich in diesem Monat bewegt habe. Wie oft ich mich bewegt habe. Was ebenfalls ganz cool an der Athletics-App ist, ist, dass du auswählen kannst, worüber du den Schlaf messen willst. Also, oder beziehungsweise, welche Messdaten genommen werden sollen. Standardmäßig nimmt er die Apple Watch-Daten, aber du kannst zum Beispiel auch sagen, hey, ich möchte die Apple Watch nachts nicht tragen, weil sie mich stört und ich habe ein anderes Gerät dafür, sei es irgendwelche Schlafmatratzen oder halt das Whoop-Armband oder irgendwas anderes, was man nachts trägt. Dann kann man auch sagen, bitte nimm eine andere Quelle und es gibt irgendwie, weiß ich nicht, 20 verschiedene Quellen, die man auswählen kann und dort gibt es zum Beispiel auch Whoop als Auswahl und dann greift er auf die Daten von Whoop zurück, wodurch natürlich dann der Sleep-Score auch sehr ähnlich wird. Er wird nicht gleich, er ist immer ein bisschen anders, aber er greift dann direkt auf die Whoop-Daten zurück, sodass er dann wahrscheinlich irgendwie einen ähnlichen Algorithmus, der Indie-Entwickler entwickelt hat, der dem von Whoop nicht ganz unähnlich ist, sodass er dann auf ähnliche Ergebnisse kommt. Und das finde ich ganz interessant, dass man hier dann aktiv sagen kann, welche Daten er nehmen soll. Das geht aber halt leider nur für den Schlaf. Die HRV-Daten kann er nicht aus einer anderen Quelle ziehen und das wäre ein mega Upgrade für, also wenn die Athletics-App das noch rausbringt, das wäre, also das wäre glaube ich echt so ein Killer-Feature, was diese App noch mal auf ein neues Level treiben würde, weil du dann wirklich sagen kannst, gerade als Whoop-User, ey, ich benutze das noch als zusätzliche App, kommen die 30 Euro im Monat, die habe ich noch, oder wenn jemand sagt, ja, ich habe ja hier schon noch, ich habe ja noch eine Garmin-Watch oder was auch immer, über was auch immer noch, über was auch immer noch die HRV-Daten gemessen werden, also das ist wirklich, wenn die das irgendwie noch hinkriegen, dass die HRV-Daten gemessen werden, ohne dass sie in Apple Health sind, das wäre Schocker-Vell. Whoop hat, ich glaube 2023, die Funktion eingeführt, dass man sein Stress-Level sieht und ich muss jetzt gestehen, ich benutze diese Stress-Level-Funktion nicht so wirklich, also ich kann ja jetzt für mich persönlich nicht so wirklich was rauslesen, aber ich habe das natürlich verglichen mit der Stress-Mess-Funktion von der Athletics-App und da war es zum Beispiel am Anfang so, das hat sich jetzt irgendwann geändert, aber am Anfang hatte ich immer Stress, also es gibt irgendwie Low, Medium und High und ich war einfach immer auf Medium bis High und das war zum Beispiel eine Zeit, wo ich zu Hause war, also wo ich Urlaub hatte und viel zu Hause einfach rumsaß und dann habe ich so gedacht, okay, ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden hier Fernsehen geguckt oder gezockt, guckst du mal, wie dein Stress-Level war, das müsste ja jetzt Low sein, weil ich einfach nur rumgegammelt habe und es war einfach immer Medium bis High und dann habe ich auch mal irgendwie in das Reddit-Forum geschrieben, so hier irgendwie, das ist ein bisschen komisch und dann hat auch jemand geantwortet, ja, da musst du vielleicht mal eine Maximum-Heartrate ein bisschen anpassen, das habe ich aber nicht gemacht und irgendwann wahrscheinlich mit einem Update oder was auch immer passiert ist, vielleicht hatte die App dann auch einfach genügend Daten, dann war es plötzlich so, dass ich jetzt auch, ja, im Low-Bereich regelmäßig bin, sodass sich irgendwie da die Daten dann wahrscheinlich ein bisschen angenähert haben, aber das ist mir aufgefallen, das habe ich auch bei anderen gelesen, dass sie da am Anfang oder vielleicht auch dauerhaft einfach immer unter hohem Stress waren und da merkt man auch, dass hier einfach auch noch Änderungen an dem Algorithmus der verschiedenen Berechnungen vorgenommen werden muss, aber das hat mich jetzt gerade bei den Stressmessungen nicht so wirklich gestört. Eine Sache, auf die ich nochmal eingehen möchte zum Schluss, ist einfach die Anzeige der Daten über einen längeren Zeitraum hinweg und das ist für mich immer noch so der große Vorteil bei Whoop, ich weiß, ich habe das eben schon ausführlich gesagt, aber ich möchte es einfach nochmal betonen, weil ich es so wichtig finde, die Athletics App, ja, die zeigt mir einige Daten über verschiedene Zeiträume hinweg, ich persönlich fand diese Datenanzeige aber einfach nicht so richtig sinnvoll, sie hat mir persönlich keinen Mehrwert geboten und wenn die App es da auch noch schafft, in den nächsten ein, zwei Jahren näher heranzukommen, dann wäre das nochmal so ein Bonus, der einfach noch hinzukommt, der einem auch noch mehr Daten liefert und vielleicht schafft es auch diese Person einfach neue Leute anzustellen, also wenn die App jetzt noch beliebter wird, dann kommt da wahrscheinlich auch einiges an Geld zusammen, dann wird wahrscheinlich auch die App ein bisschen teurer, aber wenn sie es irgendwie schaffen, dass diese App vielleicht irgendwie im Preis von 50, 60 Euro im Jahr bleibt und du dann irgendwie, sagen wir mal, ja, bei 5 bis 8 Euro im Monat landest, dann wird das, glaube ich, echt ein großer Konkurrent zur Whoop-App, gerade für Apple Watch-User. Ich möchte das sowieso schon lange im Video gar nicht großartig noch in die Länge ziehen, darum können wir eigentlich auf das Fazit auch grundsätzlich verzichten, wie gesagt, die App gefällt mir sehr gut, Leute, die eine Apple Watch schon haben, da sage ich, hey, probiert doch mal das einfach aus, in Kombination, ob euch die Daten reichen, für die Leute, die sich irgendwie noch überlegen, will ich eine Apple Watch, will ich ein Whoop-Armband, da kann ich die Entscheidung jetzt konkret gar nicht abnehmen, aber vielleicht hat euch das Video einfach dabei geholfen, mehr Informationen über diese neue App zu bekommen.